Das Konzeptwerk ist für mich ein Ort, an dem ich Menschen begegne und wo ich mit Menschen zusammenarbeite, die sich alle dafür einsetzen, die Gesellschaft gerechter und ökologischer zu gestalten. Aus bündnispolitischer Perspektive ist das Konzeptwerk für mich Ally geworden, Verbündete. Es arbeitet rassismuskritisch, machtkritisch und intersektional. Ein Think Tank für die sozial-ökologische Transformation, der versucht diese beiden Stränge, die sozialen Fragen und die umwelt- und klimapolitischen Fragen zusammen zu denken. Wo es Menschen gibt, die mich darin unterstützen oder wo ich gemeinsam mit Menschen, die ich zusammenarbeite oder auch außerhalb mit denen wir kulturieren, neue Dinge gemeinsam erschließen kann. Für unsere Arbeit brauchen wir deine Unterstützung. Wir können unsere Ideen und Vorhaben nicht allein durch Fördergelder stemmen. Hilf uns langfristig, politische Arbeit für eine gerechte und ökologische Gesellschaft zu machen. Werde Fördererin und spende regelmäßig ans Konzeptwerk. Vielen Dank! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020